Hallo und herzlich willkommen beim Webshop und ich lebe noch. Ich habe den Webshop über Tim Dore gemacht. Ihr könnt ihr T-Shirts und viele andere Sachen kaufen. In Zukunft wird es ja auch das Buch und ich lebe noch zu kaufen geben. Das dauert aber noch ca. 3 Monate. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und euch was kauft. Der Versand dauert etwas länger. Aber es lohnt sich, die Qualität ist gut. Und es kommen immer wieder neue Sachen rein. Dann haben wir eine neue Website, die heißt undichlebenoch.dk Bitte schaut doch da vorbei. Und bei Fragen, Feedback oder sonstigen eine E-Mail an. Und ich lebe noch at gmx.at Vielen Dank. Ciao, eure Ines.